Was war denn da bei Stefan Meross los? Diesen Auftritt hätte es so eigentlich niemals geben dürfen. Jetzt geschah es doch. Das war so nicht geplant? Immer wieder sonntags, Star Stefan Meross stand beim Auftakt seiner, immer wieder Schlager, Tour auf der Bühne. So weit, so gut. Doch dann passierte etwas, was eigentlich nie hätte passieren sollen. Plötzlich stand der, immer wieder sonntags, Moderator mit seiner Freundin Eva Luginger, 35, auf der Bühne. Zusammen schmetterten sie den Hit »Fang das Licht«, welchen Karegott 1985 zusammen mit Da Rinka, heute 50, trällerte. Dabei schmachteten sich die beiden Verliebten vor rund 200 Zuschauern an. Eva und Stefan wollten niemals gemeinsam singen. Eigentlich total romantisch. Doch wie die »Bild« berichtet, hätte es diesen Auftritt so eigentlich nie geben sollen. Der Grund? Eva kündigte vor einiger Zeit an, dass sie niemals mit Stefan Meross zusammensingen wolle. Das tat nämlich bereits seine Ex Anna Carina Wojciak, 30. Ich will bei Stefan die Frau im Hintergrund bleiben und mich um alles kümmern. Ich habe ja einen ähnlichen Werdegang wie meine Vorgängerin und möchte nicht, dass spekuliert wird, dass ich nur wegen meiner Karriere mit Stefan zusammen bin, sagte Eva gegenüber der »Bild«. So erklärt sich Stefan Meross. Eigentlich war auch Anna Carina Wojciak als Sängerin und Duettpartnerin für die Tournee mit Stefan eingeplant gewesen. Doch nach dem Beziehungshende war das nicht mehr möglich. Anna Carina wurde durch die Sängerin Niki »Wenn I mit dir tanz« ersetzt. Doch auch Niki fehlte zum Tourauftakt. Stefan Meross. Normalerweise wäre die bayerische Schlagerikone Niki mit auf der Bühne gewesen und hätte mit mir gesungen. Doch durch eine kurzfristige Erkrankung von ihr sprang Eva ein. Man darf gespannt sein, ob man die beiden demnächst öfter im Duett hören wird, anders als zu Beginn der Beziehung geplant. Beziehung.